Hey Leute, in 21 Tagen, also in ganz genau 3 Wochen, ist endlich Weihnachten. Das heißt, ich dachte mir so, dass ich mal heute ein Video über Weihnachten mache. Und zwar Leute, heute schauen wir uns mal die 10 Weihnachtsmannsichtungen an, die an Weihnachten auf Kamera aufgenommen wurden. Also Leute, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ich würde sagen, wir den Loser aufmerzen. Viel Spaß, danke für den Support und let's go! Hey, willkommen zu einem neuen Video. An Weihnachten treffen sich die Leute, um Geschenke auszupacken und ein schönes Essen zu haben. Also Leute, ich kann es gar nicht mehr erwarten, bis endlich Weihnachten ist. Also Leute, ich freue mich schon extrem auf Weihnachten, weil an Weihnachten sind wir höchstwahrscheinlich in unserem Heimatdorf. Und Leute, ich kann es gar nicht mehr erwarten, bis ich endlich die Geschenke bekomme. Und auf das schöne Essen freue ich mich auch natürlich. Also Leute, ja, Weihnachten ist einfach schön und weiße Weihnachten ist noch schöner. Also Leute, also wenn an Weihnachten es schneit. Also Leute, ja, aber das habe ich in letzter Zeit leider nicht so oft erleben dürfen. Also weiße Weihnachten. Naja, Leute, weil es wird immer seltener so weiße Weihnachten. Weil, ja, ja, es wird ja immer seltener schneien. Also ich meine, draußen liegt gerade bei uns hier draußen Schnee. Aber, naja, bis Weihnachten wird es wahrscheinlich schmelzen. Also Leute, ja, und weiße Weihnachten wird leider immer seltener. Also Leute, ja, aber trotzdem ist Weihnachten schön und, ja, aber, naja, mit Schnee ist es natürlich noch schöner. Aber trotzdem, Weihnachten ist einfach geil. Diese Geschenke kommen vom Weihnachtsmann, einem Mann mit weißem Bart und Schnauzer, der irgendwo in Finnland, am Nordpol oder in Grönland leben würde. Heute zeigen wir dir 10 Momente, in denen Menschen den echten Weihnachtsmann mit der Kamera eingefangen haben. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10 An Heiligabend schaut ein Familienvater nach draußen und sieht einen Weihnachtsmann mit einem Sack voller Geschenke herumlaufen. Er erzählt es sofort seinen Kindern und sie beschließen alle, einen Blick nach draußen zu werfen. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie die Kinder darauf reagiert haben. Also Leute, die Kinder waren wahrscheinlich sehr, sehr glücklich, einfach den echten Weihnachtsmann zu sehen. Also die haben auf jeden Fall sehr viel Glück gehabt. Der Weihnachtsmann scheint zuerst die Nachbarsfamilie zu besuchen. Also gehen sie wieder hinein. Doch ein paar Minuten später, als sie wieder nach draußen gehen, sehen sie plötzlich den Weihnachtsmann um die Ecke des Hauses stehen. Der Vater sagt, dass sie besser wieder hineingehen. Und was sie finden, sind eine Menge Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Leute, schaut euch das an, wie viele Geschenke da sind. Also Leute, würde ich so viele Geschenke bekommen, da würde ich so sehr glücklich sein. Also Leute, naja, weil eigentlich wünsche ich mir gar nicht so viel. Ich wünsche mir so Süßigkeiten und mein Lieblingsgetränk. Leute, also naja, aber Leute, trotzdem bei so vielen Geschenken. Leute, Eier und ich wünsche mir auch noch auf jeden Fall, ähm, 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 ja. Also Leute, so viele Geschenke. Es scheint, dass der Weihnachtsmann die Geschenke irgendwie abgelegt hat und sofort wieder weggelaufen ist, um anderen Familien die Geschenke zu bringen. Es ist aber schön, dass sie den Weihnachtsmann ein bisschen sehen konnten, denn nicht jeder hat so viel Glück. Hast du den Weihnachtsmann schon mal gesehen? Schreibe es in die Kommentare. Nummer 9 Im folgenden Video sehen wir den Weihnachtsmann durch den Schornstein in das Wohnzimmer eines Hauses rutschen. Er hat eine Menge Geschenke dabei und füllt alle Weihnachtssocken, die am Kamin hängen. Doch der Weihnachtsmann ist nicht alleine gekommen, denn nach einer Weile beschließt er die Haustür zu öffnen und dann sehen wir Rudolf das Rentier hereinkommen. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat, aber es ist unglaublich, wie das alles mit der Kamera gefilmt wurde. Rudolf war es wahrscheinlich leid, auf dem Dach zu warten und kam herein, um sich das Ganze anzusehen. Nachdem der Weihnachtsmann alle Geschenke dagelassen hat, geht er zurück in den Kamin und verschwindet dann aus dem Nichts. Natürlich hätte er ja auch durch die Vordertür gehen können, aber der Weihnachtsmann ist es natürlich gewohnt, durch den Schornstein zu kommen. Und der Rest seiner Rentiere wartete wahrscheinlich auf dem Dach. Also Leute, das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Vor allem Rudolf kennen wir wahrscheinlich. Ja, richtig krass, dass auch sogar Rudolf da reingehen wollte. Ja, richtig krass. Nummer 8 In diesem Video von 2012 scheint der Weihnachtsmann das Haus durch die Haustür zu betreten und bevor er das Wohnzimmer betritt, lauscht er die Treppe hinauf, ob alle schlafen. Dann nimmt er mehrere Geschenke aus seiner Tasche und legt sie unter den Weihnachtsbaum. Doch plötzlich hört er jemanden die Treppe hinunter gehen und er versucht sofort, sich zu verstecken. Der Uploader des Videos dachte, er hätte einen Eindringling gehört und beschloss, einen Blick nach unten zu werfen. Allerdings konnte er niemanden finden. Doch in dem Video sieht man, dass der Weihnachtsmann weiß, wie man sich versteckt. Der Mann hatte eine Sicherheitskamera in seinem Haus installiert und als er sich das Filmmaterial mit seiner siebenjährigen Tochter anschaute, sahen sie, dass es sich nicht um einen Eindringling, sondern um den Weihnachtsmann handelte. Der Mann hat das Video auf YouTube hochgeladen, um zu beweisen, dass der Weihnachtsmann zweifellos wirklich existiert. Also Leute, also einfach auf Sicherheitskamera. Also der Weihnachtsmann weiß auf jeden Fall, wie man sich versteckt, aber er hat wahrscheinlich den Sicherheitskamera nicht bemerkt. Und Leute, das ist schon auf jeden Fall richtig krass. Nummer 7 Wie du weißt, können Rentiere nicht fliegen, aber wenn wir über die Rentiere des Weihnachtsmanns sprechen, können sie es. Die Rentiere des Weihnachtsmanns sind etwas Besonderes. Sie können sehr weit fliegen, aber auch sehr hoch. Das ist auch eine bequeme Art für den Weihnachtsmann, mit seinem Schlitten und den Geschenken durch die Luft zu reisen, damit er nicht so leicht bemerkt wird. In diesem Video fängt ein Mann namens Brobeck den Weihnachtsmann mit der Kamera ein, wie er zu seinem nächsten Ziel fliegt. Doch auch in Irland soll der Weihnachtsmann am Heiligabend mehrmals mit der Kamera eingefangen worden sein. Santa Claus wäre auch mit seinen Rentieren und seinem Schlitten in zwei verschiedenen Fällen aus einem Flugzeug heraus gesehen worden, als die Leute beschlossen, einen Blick nach draußen zu werfen. Und in diesem Video stehen die Rentiere auf dem Dach eines Hauses und warten darauf, dass der Weihnachtsmann die Geschenke unter den Baum legt. Freust du dich auf Weihnachten? Schreib's mir in die Kommentare. Natürlich. Wer freut sich denn bitte nicht auf Weihnachten? Also, natürlich freue ich mich auf Weihnachten. Nummer 6 Das nächste Video ist aus dem Jahr 2016, in dem wir einen Weihnachtsmann sehen, der irgendwo in der Nähe der amerikanischen Stadt Atlanta in ein Krankenhaus geht. Es scheint, dass der Weihnachtsmann schon damals vom C-Virus wusste, denn irgendwann benutzt er ein desinfizierendes Handgel, das an der Wand hängt. Danach setzt er sich ruhig irgendwo hin und nimmt sich etwas zu essen. Der Weihnachtsmann scheint ganz allein im Krankenhaus zu sein und sucht nach allen Weihnachtsbäumen im Gebäude und lässt die Geschenke dort liegen. Nach circa zwei Stunden beschließt er wieder hinaus zu gehen, um sein nächstes Ziel zu erreichen. Es sieht so aus, als hätte niemand den Weihnachtsmann bemerkt, aber es wurde alles von den Sicherheitskameras aufgezeichnet. Es stellte sich auch heraus, dass es ein Kinderkrankenhaus war, also denke ich, dass die Kinder sehr glücklich über die Geschenke waren, die der Weihnachtsmann gebracht hat. In diesem Video scheint sich der Weihnachtsmann darauf vorzubereiten, den Nordpol einen Tag vor Weihnachten zu verlassen. Es war sehr kalt an diesem Tag und es hat in der Nacht viel geschneit. Wie du im Video sehen kannst, sitzt der Weihnachtsmann im Schwitten und lässt Rudolf das Rentier ihn nach vorne ziehen. Es wird erzählt, dass der Weihnachtsmann viel mit Rudolf trainiert hat und nun sind beide bereit, alle Kinder auf der Welt mit Geschenken glücklich zu machen. Es gibt nicht viele Videos im Internet von Santa Claus in seiner Heimat. Dass wir ihn hier zusammen mit Rudolf, dem Rentier, sehen können, ist also etwas ganz Besonderes. Außerdem sieht auch die Natur sehr schön aus. Es ist wahrscheinlich kalt, aber die weiße Umgebung, in der der Weihnachtsmann lebt, ist meiner Meinung nach atemberaubend. Nummer 4 Eine Familie aus Amerika beschloss, zu Weihnachten eine Kamera hinzustellen, um zu sehen, ob sie den Weihnachtsmann für ihre Kinder einfangen können. Und sie hatten Glück, denn irgendwann erscheint der Weihnachtsmann auf magische Weise auf dem Bild. Die Familie hatte ein paar Kekse und ein Glas Milch für den Weihnachtsmann dagelassen. Und nachdem er alles gegessen und getrunken hat, zaubert er plötzlich einen großen Sack voller Geschenke und noch mehr Geschenke, die dann in der Nähe des Weihnachtsbaums landen. In diesem Fall hat der Weihnachtsmann einige große Geschenke mitgebracht, was bedeutet, dass die Kinder wahrscheinlich das ganze Jahr über sehr süß waren. Nachdem alles abgestellt wurde, schaut der Weihnachtsmann in die Kamera und ist erschrocken. Er stellt fest, dass er gerade seine magischen Kräfte vor der Kamera gezeigt hat. Dann schaut er in die Kamera und wünscht allen ein frohes Weihnachtsfest, bevor er wieder verschwindet. Oh. Okay Leute, also, ja, Weihnachtsmann hat auf jeden Fall magische Kräfte, das ist schon krass, auf jeden Fall. Ja Leute, also dieser Blick von dem Weihnachtsmann, als er ins Krampen und Kamera geschaut hat, das war auf jeden Fall schon richtig lustig. Naja. Nummer 3. Das folgende Videomaterial wurde 1996 gefilmt, als es CGI, Special Effects und YouTube noch nicht gab. Der Mann in dem Video deutet an, dass er und sein Bruder ihren kranken Vater an Weihnachten besucht haben. Sie hören draußen das Läuten der Weihnachtsklocken und sein Bruder sieht sich das an. Der Mann beschließt auch, einen Blick darauf zu werfen. Aber dann hören sie, dass der Weihnachtsmann bereits im Haus ist. Er geht zurück ins Wohnzimmer und sieht dann den Weihnachtsmann auf das Bett seines Vaters zu gehen. Der Weihnachtsmann verschwindet auf unerklärliche Weise. Aber er hatte alle seine Geschenke zurückgelassen und rief frohe Weihnachten, bevor er verschwand. Viele Leute in den Kommentaren glauben, dass dies ein Beweis dafür ist, dass der Weihnachtsmann wirklich existiert. Denn das Video wurde 1996 aufgenommen und später auf YouTube im Jahr 2011 hochgeladen. Nope. Ja Leute, also schon richtig krass auf jeden Fall, dass man so den Weihnachtsmann so sieht. Das erlebt man, ja, nicht immer, sage ich mal. Also Leute, ja, oder sehr selten. Also Leute, ja, also richtig krass. Nummer 2 Die Familie, die in diesem Haus wohnt, hatte eine Sicherheitskamera an der Haustür aufgehängt, um zu sehen, ob sie den Weihnachtsmann an Heiligabend mit einer Kamera einfangen konnten. Wie du sehen kannst, steht der Weihnachtsmann auf der linken Seite der Wand, aber er ist nicht alleine gekommen, denn wenn du genau hinsiehst, sehen wir auch Rudolf das Rentier. Doch was danach passiert, ist ziemlich unglaublich. Der Weihnachtsmann geht auf die Tür zu und weiß, wie er das Haus betreten kann. Dank der Familie können wir auch sehen, was der Weihnachtsmann macht, sobald er drinnen ist. Sie haben auch eine Kamera drinnen aufgehängt. Der Weihnachtsmann leert das Glas Milch und isst den Keks, der neben dem Weihnachtsbaum lag, und dann beschließt er, eine Menge Geschenke unter den Weihnachtsbaum zu legen. Wie cool ist es denn, dass am nächsten Morgen die Eltern ihren Kindern zeigen konnten, dass der Weihnachtsmann vorbeigekommen war? Ich glaube, es war ein unvergessliches Weihnachten für sie. Ja. Für mich wäre er natürlich auch ein unvergesslicher Weihnachten, wenn ich einfach so den Weihnachtsmann sehen würde. Das wäre einfach für mich auch unvergesslich. Also, ja. Und jetzt mal schauen, was auf Nummer 1 ist. Nummer 1 Im folgenden Video sehen wir den Weihnachtsmann zusammen mit seinen Rentieren und einem Schritten durch die Lüfte in Richtung seines nächsten Ziels fliegen. Dieses Video wäre von einem Mann namens Paul Murray in der amerikanischen Stadt New York aufgenommen worden. Wahrscheinlich bereitete sich der Weihnachtsmann auf den Heiligabend vor oder er war auf dem Weg in ein anderes Land, wo es bereits dunkel war. Der Mann, der das Video gefilmt hatte, hatte sogar ein Interview gemacht und erklärt, dass das Filmmaterial echt war. Es hätte auch eine Menge Leute gegeben, die behauptet hätten, den Weihnachtsmann am selben Tag in der Luft gesehen zu haben. Es ist also ziemlich cool, dass sie den Weihnachtsmann fast am helllichten Tag mit der Kamera eingefangen haben. Das Video wurde Millionen Mal angeschaut. Magst du Weihnachten? Und was für ein Geschenk hättest du gerne? Schreibe es mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gef- Ja, Leute, also, naja, natürlich, natürlich liebe ich Weihnachten, natürlich. Also, ich weiß nicht, wer den Weihnachten nicht liebt. Also, Leute, wahrscheinlich liebt ihr auch Weihnachten, oder? Also, ja, nehme ich mal an, also, dass ihr auch Weihnachten liebt, wie ich, Leute. Ich bin ein sehr großer Weihnachtsfan. Also, ja, Leute, ich würde sagen, äh, ja, das war's auf jeden Fall für das Video. Eier und was ich mir wünsche, Süßigkeiten und mein Lieblingsgetränk. Also, eigentlich wünsche ich mir nicht viel. Naja, auf jeden Fall, Leute, wünsche ich euch auf jeden Fall, naja, ich weiß, dass es jetzt noch 21 Tagen, ja, dauert, also, drei Wochen. Aber, Leute, ich wünsche euch schon mal frohe Weihnachten, Leute. Und, ja, macht noch einen schönen Tag, also, macht noch einen schönen Abend und ciao. Und, ja. Und, ja.